Drei Vorteile des Gottesdienstes im Livestream. Erstens, du kannst den Schlafanzug anbehalten. Zweitens, du kannst Kaffee trinken. Und drittens, du kannst bei Bedarf den Pastor ausschalten. So, ich hoffe, ich bin auf Sendung. Ich bin hörbar. Also es war auch nicht so bedeutungsvoll, was ich vorhin gesagt habe. Abgesehen davon, dass wir Familie Bajorat ganz herzlich zum Nachwuchs gratulieren. Und einer Person, die am selben Tag Geburtstag hat und auch dieselbe Frisur wie der Mats Bajorat. Mit Leiden durchziehen, so heißt unsere Gottesdienstserie, die uns durch die Adventszeit begleitet, durch diese spannenden Wochen. Ja, dieser Abschnitt, diese Abschnitte im Markus-Evangelion, sie beschreiben das Leiden Jesu. Sie beschreiben, wie es sich immer mehr zuspitzt um die Situation, um Jesus. Und beim Lesen entstehen Resonanzen bei uns. Und genau das ist auch der gewünschte Effekt. Es geht nicht nur um eine Geschichte von damals, eine Geschichte von vor 2000 Jahren, sondern es ist eine Geschichte für uns. Es ist eine Geschichte mit Fenstern und Türen, wo wir einsteigen können und wo wir uns auf einmal drin wiederfinden. Und auch für unsere Situation mit ganz bestimmten Spannungen und mit so einem Dauerdruck, durch den wir alle als Gesellschaft gehen, da enthält der Abschnitt für heute wichtige Hinweise, wie ich finde. Ich habe dieser Predigt die Überschrift gegeben, mehr als ein Briefing. Was ist eigentlich ein Briefing? Wenn Menschen ein unbekanntes Terrain betreten, ein Gebiet, das Risiken birgt, dann bekommen sie ein Sicherheitsbriefing, eine Einweisung. Also wenn Leute irgendwie sich in die Nähe des Reaktors von Fukushima oder Tschernobyl bewegen, dann bekommen sie ein Sicherheitsbriefing. Oder wenn Leute in eine bestimmte Region in Syrien sich begeben, dann bekommen sie ein Briefing. Ihnen wird gesagt, Ihnen wird eindringlich gesagt, was sie zu tun und zu lassen haben, um die eigene Sicherheit nicht zu gefährden. Jesus und seine Jünger, die stehen an der Schwelle zu einem unsicheren Terrain, dem Abschnitt, den wir uns heute ansehen. Und was Jesus hier sagt, was Jesus in diese Situation hineinspricht, das hat etwas von einem Briefing und doch ist es mehr. Ich lese Markus 14, die Verse 12 bis 31. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man üblicherweise das Passalam opfert, fragten die Jünger Jesus, wo sollen wir denn die Vorbereitung treffen, damit du das Passamal halten kannst? Da schickte er zwei von seinen Jüngern los mit den Worten, geht in die Stadt, dann wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Dem sollt ihr folgen. Dort, wo er hingeht, sollt ihr den Hausbesitzer ansprechen. Der Lehrer lässt fragen, wo ist der Raum für mich, in dem ich das Passamal mit meinen Jüngern einnehmen kann? Der wird euch dann einen großzügig und mit Polstern ausgestatteten Raum im Obergeschoss zeigen, der zur Verfügung steht. Dort sollt ihr für uns die Vorbereitungen treffen. Die Jünger zogen los, gingen in die Stadt und fanden es so vor, wie er es ihnen gesagt hatte. Also bereiteten sie das Passamal vor. Als es Abend geworden war, kam Jesus mit den Zwölfen. Während sie zu Tisch lagen und aßen, sagte Jesus, Amen, ich sage euch, einer von euch wird mich denunzieren. Einer, der hier mit mir ist. Sie reagierten mit Bestürzung und fragten ihn einer nach dem anderen, doch nicht etwa ich? Es ist einer der Zwölf, erwiderte er. Einer, der mit mir das Brot in die Schale dippt. Der Menschensohn muss wohl sterben, wie es über ihn geschrieben steht, aber wehe dem Menschen, durch die der Menschensohn denunziert wird. Für diesen Menschen wäre es besser, nie geboren worden zu sein. Im weiteren Verlauf der Mahlzeit nahm er Brot, sprach ein Dankgebet, brach es, reichte es ihnen und sprach, Nehmt, das ist mein Leib. Dann nahm er einen Kelch, dankte Gott dafür, reichte ihnen den und sie tranken alle daraus. Dabei sagte er zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das um der vielen Willen vergossen wird. Amen, ich sage euch, von jetzt an werde ich keinen Rebensaft mehr trinken, bis zu jenem Tag, an dem ich den Neuen trinken werde, im Reich Gottes. Nachdem sie gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Dort sprach Jesus zu ihnen, ihr werdet alle abfallen, wie es geschrieben steht. Ich werde den Hirten töten und die Herde wird zerstreut werden. Aber wenn ich auferweckt worden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Petrus aber sagte zu ihm, auch wenn alle von dir abfallen, ich bestimmt nicht. Jesus erwiderte, Amen, ich sage dir, gerade du wirst mich heute und zwar noch in dieser Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, dreimal verleugnen. Petrus hielt wortreich dagegen. Und wenn ich mit dir sterben müsste, keinesfalls werde ich dich verleugnen. Ähnlich äußerten sich alle anderen. Soweit. Ich lade euch ein, still zu werden zum Gebet. Ja, wir hören so viel. Wir haben jetzt eine Reihe von Versen gehört. Gott, wir beten, dass das tief in unser Herz fällt, dass uns diese Worte treffen, so wie du es gedacht hast, dass sie Neues in unserem Leben wirken, dass sie Kraft entfalten in unserem Leben. Amen. Ich habe euch eine kleine 15 Sekunden lange Illustration von dem mitgebracht, was hier eigentlich gerade mit der Jünger Gemeinschaft passiert. Wir schauen uns das mal kurz an. Genau, also eine Bowlingkugel, die einem Druck von 100 Tonnen ausgesetzt wird in einer Hydraulikpresse. Also eigentlich ein Gegenstand, der recht schwer und robust wird, der bricht auseinander wie eine Schale. Wenn der Druck nur hoch genug ist, dann brechen eigentlich alle Gegenstände, auch Dinge, die sonst sehr fest sind, auseinander. Aus Statik, aus Stabilität wird auf einmal Dynamik. Es fängt an mit Rissen. Übrigens auch in festen Gegenständen sind eigentlich Risse drin, manchmal ganz kleine Risse. Ich habe mich mal beruflich mit Metall beschäftigt. Metall ist ein relativ fester Werkstoff, aber auch Metall hat manchmal Risse im Gefüge. Und wenn der Druck nur hoch genug ist, dann bricht auch ein festes Material an solchen Rissstellen. Und was für Material gilt, was für Stoffe gilt, das gilt auch in gewissem Umfang, in einer gewissen Art und Weise für Gemeinschaft und auch für Menschen. Wenn der Druck hoch genug wird, dann zeigen sich Risse in einer Gemeinschaft, manchmal einer Partnerschaft, in einem Team, in einer Gemeinde, in einer Gesellschaft. Wenn der Druck hoch genug ist, zeigen sich Risse, vertiefen sich Risse und es gibt Bruchstellen und es gibt diese Wirklichkeit, die kennen wir. Wenn der Druck nur hoch genug ist, dann bricht auch manchmal eine Gemeinschaft auseinander. Gemeinschaften können unterschiedlich reagieren. Es kann sein, dass man durch eine Drucksituation zusammengeschweißt wird, aber es kann eben auch sein, dass, ich sage mal so, Haarrisse zwischen Menschen auf einmal sehr bedeutungsvoll werden und großes Gewicht haben, wenn der Druck zunimmt und dass auf einmal das, was man für wenig wichtig hielt, dass es auf einmal ein Graben ist und dass da auf einmal eine Trennung da ist. Also wir sehen hier in diesem Bericht die Jüngergemeinschaft unter einem maximalen Druck. Eigentlich, sie bricht noch nicht auseinander, aber dieser Druck ist zu spüren. Da hat sich dieser Druck aufgebaut zwischen Jesus und seiner Bewegung und auf der einen Seite und auf der anderen Seite zwischen den pharisäern, Schriftgelehrten und auch zu der Priesterschaft in Jerusalem. Da hat sich ein Druck eigentlich über Jahre immer weiter aufgebaut. Und manchmal baut sich eben auch zwischen Menschendruck und Gegendruck auf und das kann auch manchmal bedeuten, dass Stabilität da ist, aber es kann sein, dass auf einmal eine Seite nachgibt und dann entsteht auf einmal eine unübersehbare Situation, dann entsteht auf einmal eine große Dynamik. Mich beschäftigt das immer wieder, das jährt sich jetzt in diesen Tagen zum zehnten Mal, dieser sogenannte arabische Frühling. Das ist so ein, so ein Domino-Effekt ist entstanden. Da sind Staaten, Systeme, Gesellschaften gewesen, die waren über Jahrzehnte stabil, aber es hat sich ein Druck aufgebaut und vor zehn Jahren fing dieser Druck an, sich zu entladen. Und man konnte richtig sehen, wie sich das in Nordafrika und im vorderen Orient bis hin Richtung Ukraine ausgebreitet hat seinerzeit. Aus Statik wird Dynamik. Ein Druck ist da, Druck wird immer stärker und irgendwann kippt die Situation und es entsteht ein Chaos, eine unübersichtliche Situation. Jesus und seine Jünger, sie feiern nicht von ungefähr, genau in dieser Situation, das Passerfest. Und das Passerfest, ein paar Jahrhunderte zurück, Jahrtausende, da ist eine ähnliche Situation. Da hat sich zwischen Mose und den Hebräern auf der einen Seite und dem Pharao und den Ägyptern Druck und Gegendruck aufgebaut. Diese Geschichte mit den Plagen ist vorausgegangen. Mose geht immer wieder zum Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen. Der Pharao täuscht vor, widersteht, widerstrebt, macht manchmal eine Zusage, dann nimmt er sie wieder zurück. Aber es entsteht ein Druck und ein Gegendruck und genau an dieser Nahtstelle, wo auf einmal aus Statik Dynamik, wo auf einmal Bewegung reinkommt, da feiern die Hebräer die Passerfeier. Ich habe euch ein Bild genau. Ein Bild seht ihr da. Also da sieht man noch nichts. Der Druck ist da, aber der Zurbruch ist noch nicht da. Und diese Situation der Passerfeier mit den Jüngern, das ist eigentlich so eine Situation. Der Druck ist zu spüren, der maximale Druck ist zu spüren, noch wird die Gemeinschaft nicht auseinandergeschleudert, aber die Risse, die treten schon zu Tage. Wir sind im Moment in so einer Situation in unserer Gesellschaft. Also wir haben manchmal persönliche Situationen, dass sich so etwas ballt, dass irgendwelche schlechten Nachrichten uns treffen. wir kennen solche Situationen von Hiobs Botschaften, wo wir den Eindruck haben, irgendwie die Einschläge kommen näher, der Druck nimmt immer weiter zu und wir werden dünnhäutiger und die Risse in unserer Person, in unserem Charakter, die zeigen sich und manchmal auch die Risse in unseren Hausgemeinschaften und auch in anderen Gemeinschaften zeigen sich Risse. Und wir sind im Moment eben in dieser Situation von Dauerdruck. Die Situation ist im Moment übersichtlich. Ich werde das jetzt nicht ellenlang wiederholen, was wir jeden Tag über die Nachrichten hören, aber es ist eine Situation, die schwer auszuhalten ist mit einem Dauerdruck, mit einer permanenten Spannung und die Risse zeigen sich und im Moment ist die Situation noch irgendwie halbwegs stabil, aber wir ahnen, es könnte aus Statik Dynamik werden, und es könnte eine unübersichtliche Situation entstehen, es könnte eine Situation von Kontrollverlust entstehen, noch viel größerem, als wir ihn bis jetzt haben. Wie geht Jesus in dieser Situation mit seinen Jüngern um? Wir haben es im ersten Lied im Gottesdienst gesungen, You just know what to do. Jesus weiß, was zu tun ist und es ist, finde ich, für unsere Situation auch hochspannend, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht und was er ihnen sagt. Es hat etwas von einem Briefing, weil sie sich in gefährliche, unübersichtliche Tage voller Dynamik bewegen und es ist zugleich noch mehr als ein Briefing. Und wir tun gut daran, uns das anzuhören und das auf uns wirken zu lassen und die Dinge daraus mitzunehmen für unsere Situation. Es gibt Lebenssituationen, da lassen wir federn, das sagen wir manchmal so, ich lasse da federn. Aber es gibt Situationen, da können wir auch, je nachdem, wie wir uns verhalten, können wir sehr viele federn lassen oder wir können weniger federn lassen. Und ich glaube, wir tun gut daran, hier genau hinzuhören, auch für unsere Situation, wie Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Erstmal finde ich spannend, der Blick geht nach innen. Also in so einer Drucksituation könnte man auch sich ereifern oder schimpfen über die Umstände, über den Druck. Jesus streift dieses Thema von den Pharisäern und Schriftgelehrten und von den Priestern, aber es ist nicht so sehr Thema, sondern der Blick geht nach innen, in die Gemeinschaft. Der Blick, Jesu geht nicht so sehr nach außen. Ich kann kein Hadern entdecken mit dieser Drucksituation. Ganz im Gegenteil, weil wir sehen bei Jesus eine klare Bemerkung, dass er sagt, es passieren jetzt Dinge, die müssen passieren, die müssen ablaufen. Und Jesus hadert nicht damit, sondern sein Blick geht eher nach innen, in die Jüngergemeinschaft. Was passiert hier eigentlich mit uns? Das Erste, was wir sehen, Jesus hat einen sehr, sehr realistischen Blick auf das, was auf ihn und auf die Jünger zukommt. Realismus, Realismus. Die Jünger halten das kaum aus, aber Jesus konfrontiert sie, damit, dass ihre Gemeinschaft auseinanderbrechen wird. Vers 18, einer von euch wird mich denunzieren, einer von euch wird mich verraten. Es gibt Verrat in unserer Gemeinschaft. Harte Worte, die Jünger sind erschüttert. Wenig später, am Ölberg sagt er ihnen, ihr werdet alle abfallen, die Herde wird zerstreut werden. Jesus sagt schonungslos an unsere Gemeinschaft, trotz der Nähe, die wir empfinden, trotz der gemeinsamen Geschichte, die wir haben. Der Druck wird so hoch werden, dass die Gemeinschaft auseinanderbrechen wird. Und schließlich, auch einem Petrus sagt er gerade, du wirst mich dreimal verleugnen. Also Jesus macht unmissverständlich deutlich, wir mit unseren guten Vorsätzen, mit unseren Wünschen, zusammen zu bleiben, die Gemeinschaft zu schützen, wir werden scheitern. Und wir tun gut daran, nicht zu erschüttert zu sein, wenn solche Dinge passieren, wenn sie in unserem Leben passieren oder auch wenn sie in Gemeinde passieren. Das ist ein trauriges Kapitel der Kirchengeschichte. Und hier sehe ich eine starke Resonanz zwischen dem, was hier in der Urgemeinde, in der Keimzelle von Gemeinde passiert ist und zwischen dem, was in der Kirchengeschichte immer wieder passiert und was wir traurigerweise auch immer wieder beobachten. Auch die Jüngergemeinschaft kann auseinanderbrechen, bricht auseinander. Es ist auch ein roter Faden in der Kirchengeschichte. Es ist schwer verdaulich und ich glaube, jede Generation von Gläubigen nimmt sich von Neuem vor, doch ich nicht, doch wir nicht. Wir bleiben doch zusammen. Wir bleiben doch bei Jesus. Und doch findet sich überall dieser traurige rote Faden auch von Scheitern, dass auch die christliche Gemeinschaft Risse hat, dass es auch Verrat gibt und dass Gemeinschaft, auch christliche Gemeinschaft, auseinanderbricht. Wenn es bei der Keimzelle, bei der, wenn es da schon so war und wenn da diese Abgründe da sind und wenn sie schonungslos beschrieben werden, auch vorher die Rivalitäten, wie soll es denn heute sein? Wir sollten nicht zu erschüttert sein, wenn wir das beobachten oder wenn wir es auch in unserem Leben beobachten. Wir sollten nicht zu erschüttert sein. Jesus ist realistisch. Wir wissen auch nicht, was in unserer Gesellschaft passiert mit dieser Situation. Wir hoffen alle, dass es sich entspannt, dass der Druck nachgibt, aber wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wo wir stehen und wir sollten wachsam sein und wir sollten damit rechnen, ja, auch stabile Gesellschaften haben Risse und wenn der Druck nur hoch genug ist, dann können aus Rissen auch Gräben entstehen und dann kann auch aus stabilen Situationen können unübersichtliche Situationen entstehen. Möge dieser Kelch an uns vorüber gehen, aber wir sollten vorsichtshalber damit rechnen. Jesus ist sehr realistisch. Zweitens, reale Präsenz in dieses, ich nenne es mal, Bedrohungsszenario, in diese Kulisse hinein teilt sich Jesus seinen Jüngern mit in einer sehr, sehr intensiven Weise. Leiblich spürbar. Er nimmt Brot, er bricht es, er gibt es ihnen, er sagt, nehmt und esst. Er gibt ihnen ein Kelch, er gibt ihnen etwas zu essen und zu trinken. Er stärkt sie für das, was kommen wird, auch für das Bedrohliche, was kommen wird. und zugleich sagt Jesus, ich gehe mitten hinein. Beim Sicherheitsbriefing, da ist es oft so, die Person liest ihre Liste ab und sagt dann, viel Glück. Jetzt geht ihr, ihr seid ja eingewiesen, jetzt geht ihr in das gefährliche Terrain. Jesus geht in das gefährliche Terrain voran und er ist selbst als Person in der Mitte. er fängt den maximalen Druck in seiner Person, in seinem Leib ab und er sagt, es wird gerade ihn treffen. Mein Leib wird zerbrechen, mein Blut wird vergossen werden. Jesus lässt uns nicht allein und das gilt nicht weniger für unsere Situation und für das, was auf uns zukommen wird. Egal wie es sich im Moment entwickeln wird mit unserer pandemischen Lage oder ich weiß nicht, was in deinem Leben gerade los ist, aber du kannst fest damit rechnen. Jesus geht mit und Jesus geht dir voraus und er ist der eigentliche Druckpunkt. An ihm arbeiten sich diese Chaosmächte, diese Kräfte in erster Linie ab. Drittens ergibt ihnen einen Rückzugsort. Das ist ja so eine kuriose Anekdote, wie sie an diesen Rückzugsort kommen. Jesus schickt zwei Jünger los und er nennt ihnen ein paar Zeichen, wie sie zu dem Austragungsort ihrer Passerfeier kommen. Und es kann sein, dass das wirklich so eine wunderhafte Begegnung ist, dass Jesus voraussieht, prophetisch was kommen wird und dass er ihnen das so, dass er sie so navigiert zu dem Raum. Es könnte aber auch sein, dass es sich um geheime Absprachen handelt. Es könnte sein, wegen des öffentlichen Drucks, der in Jerusalem schon da war, weil Jesus nach Jerusalem schon eingezogen war ein paar Tage vorher. Es könnte sein, dass Jesus ein paar Absprachen getroffen hat mit einem Hausbesitzer. Und das ist eben, dass die Jünger hier bestimmten vereinbarten Zeichen folgen. Also ein Mann, der einen Wasserkuch trägt, ist wohl irgendwie relativ ungewöhnlich gewesen, Männer haben eher Weinkrüge getragen und Frauen eher Wasserkrüge. Es scheint so eine Absprache gegeben zu haben oder so eine Gewohnheit. Das könnte sein, ich finde die Gedanken sehr interessant. Es gibt auch Ausleger, die meinen, dass es sich bei diesem Ort, dass der wieder auftaucht, dieser Rückzugsort. Und zwar an Pfingsten, da wird auch von einem Obergemach gesprochen, wo die Jünger sich treffen und beten, auch in einer Drucksituation, in einer Situation von Nachstellung, Verfolgung, von äußerem Druck und auch noch mal später trifft sich die Gemeinde, die verfolgte Urgemeinde zum Gebet und möglicherweise ist es auch dieser Raum. Ich finde den Gedanken ganz interessant, dass Jesus hier für einen Rückzugsort sorgt, ein geschützter Rückzugsort mit Polstern vorbereitet. Das brauchen wir in solchen Situationen, in Bedrohungslagen, in Gefährdung, in Spannung, in Druck. Wir brauchen Rückzugsorte. Und wenn du merkst, du bist irgendwie am Limit, es zeigen sich bei dir Risse oder in deiner Gemeinschaft Risse, dann darfst du mit Jesus ins Gespräch kommen, darfst über Rückzugsorte nachdenken. Was brauche ich persönlich für einen Rückzugsort? Was brauchen wir für einen Rückzugsort? Wir brauchen in dieser Situation Rückzugsorte in dieser Lage. Schaff dir Rückzugsorte. Sprich mit Jesus durch, sprich mit Jesus darüber im Gebet, was brauche ich für einen Rückzugsort? Das ist keine Weltflucht, sondern wir brauchen einen Ort, wo wir abschalten können, um uns gerade wieder gestärkt auch den Herausforderungen zu zeigen. Viertens ergibt ihnen einen Ritus. Sie durchschreiten eigentlich einen Ritus. Die Passerfeier, das ist ein ganz bestimmter Ablauf gewesen, ein liturgisch klarer Ablauf. Und wir brauchen das in Situationen von Umwälzung, von starken Veränderungen, da brauchen wir klare Abläufe. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe an mir selbst schon beobachtet, die Tics nehmen zu. Wenn du meinst, du hast keine Tics, frag deine Kinder oder frag deinen Partner oder frag deine Hausgenossen oder frag deine Kollegen. Wir brauchen feste Abläufe und wenn viele Faktoren, viele Parameter in unserem Leben in Bewegung sind und wenn uns das verunsichert, dass überall Bewegung da ist, dann brauchen wir Inseln, wo wir gesicherte Abläufe da haben. Das ist ein ganz allgemeiner Rat, den ich dir gebe, dass du dir klare, gesicherte Abläufe schaffst in diesem Durcheinander. Aber Gott hat uns auch Abläufe gegeben für unseren Glauben. Abläufe, die uns Stabilität geben und ich ermutige dich, um deiner Stabilität willen, wegen der Risse in deinem Charakter, in deinem Person, auch wegen deinen Abgründen, setze dir einen guten Rahmen mit festen Abläufen. Das wird dir Stabilität geben. Fünftens, Reinigung. Zur Passaufeier gehörte das Brauchtum, dass man den ganzen Haushalt nach Sauerteig abgesucht hat und dass man den Haushalt gereinigt hat von Sauerteig. Genau, das Fest der ungesäuerten Brote, damit fängt unser Abschnitt für heute an. Ja, so ein Reinigungsritual auch. Es ist gut, wenn wir unser Leben inspizieren und wenn wir gucken, ist da irgendein Sauerteig, von dem eine Bedrohung ausgeht für meine Person, für meinen Charakter oder für meine Hausgemeinschaft oder für meine Gemeinde. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, da bin ich gestern drauf gestoßen. Genau, das ist ein Sauerteigbrot. Vielleicht können wir einmal das nächste Bild sehen. So, also, wenn dieses Sauerteigbrot einem gewissen Hitzestress ausgesetzt wird, nennen wir es mal Backen, dann passiert das mit diesem Sauerteigbrot. Bitte nochmal das Bild vorher. Vorher sind schon Risse da in diesem Brotleib. Die sind schon da, aber wenn dieser Stress zugenommen wird, dann sind die Risse größer. Also tut jetzt dem Genuss des Sauerteigbrots kein Abbruch, ist trotzdem lecker. Aber ich fand dieses Bild ganz interessant. Das ist ein Sinnbild auch für uns und auch für unsere Gemeinschaften, was passiert. Da gibt es eben diese Risse und wenn ein gewisser äußerer Stress gegeben ist, dann werden aus diesen Rissen tiefere Gräben. Und es ist gut, im Korintherbrief, ich glaube, 1. Korinther 5 müsste es sein, da fordert Paulus die Korinther, aus dem Sauerteig rauszukehren, rauszufegen. Aus ihrer Gemeinschaft, aus ihrem Leben. Und das ist gut, wenn wir uns diesen Instinkt bewahren, diese Klarheit bewahren, auch in unserem Leben, wovon eine Gefährdung ausgeht. Und es ist gut, wenn wir uns an der Stelle sichern und wenn wir gucken, auch mit einer gewissen Hartnäckigkeit, dass wir da rauskehren, die Dinge aus unserem Leben rauskehren. Wir kommen da manchmal an unsere Grenzen. Es gibt Dinge, die sind sehr hartnäckig, weil sie sehr nah an dem Kern unserer Person liegen und die wir nicht so richtig rausgekehrt kriegen und die dann manchmal schnell wieder da sind. Und dafür brauchen wir einander in der Gemeinde. Da brauchen wir geschützte Orte, wo wir uns offenbaren können, wo wir uns mitteilen können, über diese Bedrohungen, über diese Sauerteig-Krümel, die da sind, die noch da sind und wo wir uns gegenseitig helfen können, das rauszukehren. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann gehört fest dazu, dass wir unsere Schuld bekennen. Das ist ein relativ knapper Punkt in unserer Abendmahlsliturgie, in unserem Abendmahlsablauf. Aber früher ist das ausführlicher und mit mehr Ernst auch vollzogen worden. Ich lese ein bisschen Kirchengeschichte im Mittelalter. Da gab es sogar eine, wirklich eine Verpflichtung, dass man beichten geht. Mindestens einmal im Jahr. Vor dem Abendmahl, dass man beichten geht. Und das ist Sauerteig auskehren. Wir sind nicht allein damit. Wir kommen an unsere Grenzen damit, unseren Sauerteig zu beseitigen. Aber für den Sauerteig ist Jesus letztlich gekommen und er hilft uns. Dafür haben wir ihn, dafür haben wir das Kreuz und dafür haben wir einander. Bleib nicht allein mit deiner Sauerteig-Baustelle. Ich mache dir Mut. Such das Gespräch, such das Gebet. Du bist damit nicht alleine. Schließlich Richtung. Das finde ich eigentlich am besten. Das war jetzt irgendwie sehr, vielleicht ein bisschen niederdrückend, was ich bisher gesagt habe. Jesus gibt ihnen eine Richtung. Er gibt ihnen einen Ausblick. Er sagt ihnen, diese Drucksituation und der Zerbruch und der Verrat und die Risse ist nicht das Letzte, sondern Jesus sagt, er spricht da von einem Tag, an dem er den neuen Wein trinken wird im Reich Gottes. Er spricht von seinem eigenen Sterben und er spricht von seiner Auferweckung. Und das dürfen wir nicht überhören. Ganz bestimmt nicht. Jesus sagt hier nicht, jetzt kommt das absolute Ende und jetzt die Jünger sollen nicht nur irgendwie das große Rauschen des Wasserfalls hören vom Ende der Welt, sondern er sagt ihnen, es geht weiter. Er sagt ihnen, wir kommen da durch. Ich werde auferweckt werden. Und er sagt ihnen auch, Galiläa, wenn ich auferweckt worden bin, werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Das heißt, nach der Zerstreuung wird es auch wieder eine Sammlung geben. Und dank sei Gott, dank sei Gott, gibt es auch in der Kirchengeschichte nicht nur Spaltung und Trennung, sondern es gibt auch Sammlungen. Und das dürfen wir wissen, auch wenn wir erschüttert sind über die Risse, über die Abgründe, über den Verrat, über die Gräben, die sich manchmal in uns auftun oder die sich in unseren Gemeinschaften auftun. Wir dürfen wissen, von Ostern her gibt es eine neue Sammlungsbewegung und der Auferstandene, was er baut, das hält. Das ist unkaputtbar. Die Verbindung, die er hier schafft und die er erneuert. Ich bitte die Musiker, nach vorne zu kommen. Ich habe euch nochmal eine Übersicht mitgebracht. Es sind jetzt sechs R's gewesen. Realismus, reale Präsenz, Rückzugsort, Ritual, Reinigung und Richtung. Und ich möchte gern stehen bleiben bei dieser Frequenz von Hoffnung und von Richtung. Im Moment, also die letzte Predigt habe ich mit einem Bach angefangen. Jetzt ende ich mal diese Predigt mit einem Bach. Ist ja egal, wie laut du Bach spielst. Karl spielt lauter Bach. Also der SPD-Politiker und Virologe, der sehr bekannt ist für seine eher pessimistischen Prognosen. Der spricht jetzt schon nicht nur von einer dritten Welle, sondern von einer neuen Pandemie. Also mir bluten die Ohren davon und in mir verkrampft sich da alles. Und mir ist so wichtig, dass wir an dieser Stelle hören, es geht weiter und wir werden da durchkommen. Wir werden da durchkommen und wir werden auch wieder feiern. Wir werden zusammenkommen. Wir werden wieder richtig schön hier mit 150 Leuten, mit viel Schweiß, werden wir gemeinsam singen. Das wird wiederkommen. Ich spreche ein Gebet. Jesus, wir danken dir für die Weisheit, die du uns gibst in deinem Wort. Wir haben es zu Beginn dieses Gottesdienstes gehört. Diese Bitte, give me wisdom. Gib mir Weisheit. Und wir haben auch gehört, genau du weißt, was zu tun ist. Und Jesus, wir danken dir auch in so einer unübersichtlichen Situation, wo völlig unklar ist, was kommt, wo wir nur merken, der Druck nimmt zu. Wir danken dir, dass du uns nicht alleine lässt, sondern dass du mitten hindurch gehst, mit uns, uns voraus. und wir danken dir, dass du uns wunderbare Hilfsmittel gegeben hast. Steckt so viel Weisheit drin. Ich danke dir, du wirst uns durchbringen. Wir danken dir, du wirst uns nicht nur irgendwie so mit Ach und Krach durchbringen, sondern mitten drin baust du dein Reich. Und das, was auf den ersten Blick wie eine Niederlage und ein Scheitern aussieht, es wird sich herausstellen als der eigentliche Sieg. Das feiern wir und dafür danken wir dir. Wir geben uns in deine Hände, gerade auch in Situationen, die wir nicht unter Kontrolle haben und die uns Sorgen machen. Wir geben uns in deine Hände. Amen.